Was gibt's im neuen Shop? Wir sehen, es gibt auf jeden Fall ein paar neue Skins hier. Es gibt einmal ein dunkles Dino-Kommando für 1200 B-Bucks. Ist der episch? Oder? Ne, ist eine dunkle Reihe. Einfach okay. Ich dachte erstmal, der wäre jetzt episch. Äh, den Skin kennen wir doch. Den gab es ja auch schon mal im Shop. Nur hier gibt es den mal in dunkler Variante. Dunkles Dino-Kommando halt. Und wie viele Stile gibt's eigentlich? Es gibt nur zwei Stile. Hier einmal in lila, schwarz und mäßig. Und dann hier so, er weiß, lila. Auch ganz geil, finde ich. Dino-Kommando. Nur 1200 B-Bucks hier. Ja, sieht schon echt geil aus. Und es ist auch mal ein neuer Skin, finde ich sehr, sehr cool. So, dann sehen wir hier noch. Es gibt dunkler Rex für 1200 B-Bucks. Da war ja auch schon mal hier im Shop. Ihn gab es aber für 2000 B-Bucks, war ein legendärer Skin hier. Und jetzt sehen wir hier in dunkler Form für nur 1200 B-Bucks. Das heißt, man sprach dir erstmal schon mal 800 B-Bucks. Sehr, sehr geil. Ja. 1200 B-Bucks. Und er sieht auch echt fresh aus, muss ich sagen, ne? Ist schon fresh. Ich feiere einfach dieses lila plus das weiß noch dazu. Es gibt auch von dem 200 B-Bucks, ne? Einmal hier lila-schwarz, dann so lila-weiß, er. Aber ich finde lila-schwarz, irgendwie geiler. Und das, das feiere ich nie mehr. Für 1200 B-Bucks. Das bockt schon. Sieht echt fresh aus. So, dann sehen wir hier noch. Eiserner Schnabel für 800 B-Bucks. Den kennen wir doch mit diesem Raben-Skin. Ja, da ist er natürlich der Raben-Skin für 2000 B-Bucks hier. War auch schon lange nicht mehr im Shop. Und ich muss sagen, ist auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr fresher Skin-Digger. Kann man sich gerne gönnen, wenn man bockt. Na so. Der hat schon echt Stil. Der hat schon echt Stil. Finde ich sehr, sehr geil. So, dann gibt's halt das noch hier in der weiblichen Variante. Gibt's auch noch. Die hat dann solche großen Flügel hier. Boah, ist das ein ganzes Paket, oder wie? Ist doch fresh, der für 2000 B-Bucks. Man bekommt den Skin-Backpack plus nochmal Content-Streifen. Schon geil. Das hat man nicht so oft. Für 2000 B-Bucks. Fresh. So, dann hat hier noch Backpack, äh, ich sag Backpack. Also, Hängegleiter dazu, 800 B-Bucks. Das ist auch so ein Backpack, ne, nein. Also, Hängegleiter hier für 800 B-Bucks. Ist auch ganz nice. Und, ja, hier noch die Spitzhacke, ja, 800 B-Bucks. Ist schon ganz geil. Ah, ich hab ja gar nicht gesehen. Hier gibt es noch Doppelspitzhacken, dunkle Dino-Knochen. Also, die sehen mal awesome aus, ne? Sieht halt genauso aus wie die Wirbelsäule einfach. Die Wirbelsäule des Menschen. Genauso für 800 B-Bucks hier. Also, Doppelspitzhacke, das ist schon echt geil, ne? Bro, Popo, spendet 1,99 Euro. Danke dir, Bruder. Irre. Bro, Bro, gönnt hier, Digga. Danke mal. 800 B-Bucks hier. Äh, dann sehen wir hier Guaco. 1200 B-Bucks, den kennen wir doch. Der war auch schon ein paar Mal hier im Shop. Den Skin finde ich sehr, sehr geil, weil er auf jeden Fall extrem kreativ gemacht ist. Plus dazu auch noch sehr, sehr viele Details zu erkennen sind. Deswegen, Leute, wenn ihr wirklich etwas einzigartiges haben wollt, was auch wirklich schöne Details hat, wie man hier sehen kann. Da sieht man zum Beispiel die Gurken, dann noch hier ein bisschen Tomaten. Wie ist das? Man sieht wirklich den ganzen Taco. Dann auf jeden Fall gerne gönnen, Leute. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann sehen wir hier noch die Elektro-Laune für 500 B-Bucks. Also, wenn ich ehrlich bin, ich hab die Skills Dance noch nie gesehen. Job nie wirklich. Deswegen wundere ich mich gerade, dass er nicht neu steht. Wahrscheinlich war das der Job, aber irgendwie noch nie gesehen. Das heißt, der ist auch immer ein, wer, wer, wer selbst. Ich will nur sagen, der ist auch blässig. Selbst, die Lässig. Kann man sich gerne gönnen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Dann sehen wir hier Papierflugzeug. 800 B-Bucks. Ja, ist auch, ich finde es gut, ne? Einfach so. Man kennt ja, man hat ja immer diese ganzen Flugzeuge aus Papier gebaut. Die wissen ja noch aus College Block, dies, das. und ja auch das als hänge gleiter hier 800 die box doch ganz geil ich verstehe nämlich noch dominatoren habe ich auch schon sehr sehr lange nicht mehr im shop gesehen verachtet die box weil erstmal muss ich sagen schöne schnäppchen und hat auf jedenfalls zieht muss man einfach sagen also mit der weißen hose dann noch ein bisschen ganz streifen so und dann sehen wir hier noch kaugummi lackierung 300 die box als ich muss sagen diese farbe lege der also diese farbe das ist ja so irgendwie so eine mischung aus rot und pink und dann oben über darum noch irgendwie weiß finde ich sehr sehr geil für 300 die box hat auf jeden fall das ziel 300 die box ist auch eine schöne schnäppchen für so eine schöne waffentan so leute das ist der gesamte shop und hier seht ihr noch zum gründenden abschluss mein kriter code boxing man kann man ganz easy im item shop eingeben wo mich damit auf ihren bruder basis unterstützen würde mich sehr sehr freuen wenn ihr es macht kurs geht raus an die dies tun danke für den support ist wirklich kostenlos und wenn ihr euch was im shop kauft und mein kriter code boxing man ganz ist eurem item shop dann unterstützt ihr mich auf ihren bruder basis würde mich sehr sehr freuen und nicht vergessen alle 14 tage wird der glösch deswegen auf jeden fall immer wieder neu eintragen wenn ihr mich weiterhin unterstützen und mir ist wirklich sehr sehr wichtig dass ihr auf jeden fall den kriter code boxing man in eurem item shop trägt weil durch diese unterstützung kann ich hier weiterhin youtuber sein und euch einen geilen content liefern deswegen macht